Also, hallo! Heute müsst ihr mir alles nachmachen. Heute bin ich so gespannt. Und das wird ganz besonders sein. Los, wir gehen! Hallo Leute! Ich hab jetzt Banane. Ich bin Blaubeeren. Wir machen jetzt eine Milchhek. Also, dann trinkt mir alles. Holst du mir mal etwas, was ich damit schneiden kann? Und, etwas zum Waschen. Ich hab die Edbeeren gewaschen. Dann muss ich sie hier schneiden. Das können wir. Dann nehme ich hier die Schüssel. Dann mixe ich sie. Erstes. Zweites. Das ist... Du! Hey! Was soll denn das da? Ah! Vielleicht reicht das schon. Jetzt brauche ich die Blaubeeren. Blaubeeren, bitte! Blaubeeren, bitte! Und jetzt nehme ich sie mit der Hand da rein. Die muss man gar nicht waschen. Wo schneiden? Man kann sie auch schon mit der Hand da rein geben. Und dann versuchen zunächst. Äpfel, tata! Das reicht! Und jetzt nehme ich die blauen Flaschen. Nehmen die Edbeeren. Tüttel die Edbeeren dann rein. Und dann mixe ich jetzt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, vier, acht. Und jetzt mixe ich es! Nein, bevor ich es mixe, brauche ich erst ein bisschen Zucker. Wo ist Zucker? Ich gebe erst schon mal Milch rein. Ein bisschen noch raus. Jetzt noch ein bisschen Zucker zu den Edbeeren. Aber wo ist der Deckel sofort? Ich muss das erst, wenn der Deckel da ist, mixen. Und jetzt kommt der Deckel. Dieser Strich muss zu dem Strich. Hey Leute! Jetzt drücke ich den Knopf und dann mixe ich. Huch! 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 Passt! Hm, ganz gut riecht es! Die erste Passion in dieses Glas. Das ist schon ganz viel. Also die erste ist schon fertig. Jetzt mixe ich das andere. Banane. Huch! 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 Jetzt brauche ich den Deckel! Huch! Aha! Jetzt habe ich mich mit Zucker und Milch vergessen. Gibst du mir bitte den Zucker? Gibt es mir bitte den Zucker? Gibt es mir bitte den Zucker? Huch! 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 Dann spazierst du den Zucker. Lüge! Das ist der Bananenmilch-Shake. Jetzt blödeln, oder? Jetzt kommt der Blaubeermilch-Shake. Was ist das? Und jetzt brauche ich die Milch. Jetzt habe ich noch den Zucker vergessen. Jetzt brauche ich den Deckel. Voll warm ist es. Jetzt schon. Okay, jetzt mache ich das. Schau mal, das ist Lila. Lila ist das. Das ist Lila. Ich habe es voll mit Lila gemixt. Das ist cool, oder? Lila. Jetzt habe ich weiß, rosa, lila. Und wer denkt, was in welchem ist? Das ist weiß. Das ist rosa. Das ist lila. Da waren drei Shakes. Weiß, rosa, lila. Lila, rosa, weiß. Lila, rosa, weiß. Lila, rosa, weiß. Das ist Banane. Und das ist Hitbeer. Das ist Blaubeer. Ja. Aber wir brauchen noch drei Löffel. Zauber. Zauber. Löffel sind da. Löffel sind hier. Und sogar storeine. Erst. Und das. Und das. Und das. Das Blaue kommt, wo die Blaue war. Oh, das sieht. Das Grüne kommt, wo das Grüne war. Wo das Braue war. Das kleine war. Und da. Ja. Wirst du Mama fertig freuen? Mhm. Banane schmeckt gut. Etbeer schmeckt gut. Hey, ich kann nicht probieren. Das schmeckt auch gut. Jetzt tun wir die Sahne. Aber haben wir noch Streusel. So Leute. Jetzt kommen noch Streusel drauf. Und hier drauf. Und hier drauf. Milchshakes sind fertig. Mama Brudi wird das bestimmt gefallen. Das ist ja schön. Und hier drauf. Er hat das nicht gehört. Und hier drauf. Gefallen euch die Mischshakes. Hat dir das Video gefallen? Abonniere meinen Kanal und verpasse kein weiteres Video von mir. Ciao!